Wir schauen auf den gestrigen Tag noch einmal zurück, liebe Zuschauer und Zuschauer. US-Präsident Joe Biden, der hat geantwortet in Warschau und zwar deutlich auf Wladimir Putins Rede am Morgen. Entschlossen zeigte er die großen Linien seiner Außenpolitik auf, von der Unterstützung der Ukraine über den Zusammenhalt der NATO bis zur Ausdauer der Partner. Sichtlich unbeeindruckt zeigten sich der Präsident und seine Berater über die Ankündigung Putins, den Newstart-Abrüstungsvertrag auszusetzen. Zur Begründung, die Russen hätten die Kontrolle der Atomwaffen bereits seit den letzten sechs Monaten nicht mehr zugelassen. Schwierig dürften allerdings die Verhandlungen ab 2026 werden, dann läuft das Abkommen aus und die Bedingungen für einen neuen Vertrag haben sich gestern alles andere als verbessert. Ein Auftritt mit Fahnenmeer und vor Schlosskulisse. Bei seiner Rede in Warschau beschwört Joe Biden den Zusammenhalt des Westens gegen Russland. Moskaus' Angriff auf die Ukraine habe die westlichen Staaten nur noch entschlossener gemacht, die Demokratie weltweit zu verteidigen. Wir werden die Verantwortlichen dieses Krieges zur Rechenschaft ziehen und Gerechtigkeit suchen für die Kriegsverbrechen, die von den Russen begangen werden. Eine Rede, die in der westlichen Welt, so wie auf dem Schloss Vorplatz in Warschau, gut ankommt. Zehntausende jubeln Biden hier zu, unter ihnen auch viele ukrainische Flüchtlinge. Ich und alle Ukrainer denken, dass es das Wichtigste für uns ist, dass Polen mit uns ist, dass jeder mit uns ist und wir wissen, dass wir nie alleingelassen werden. Ohne die Unterstützung anderer Länder können wir nicht weitermachen und deshalb ist es für mich sehr wichtig, dass die anderen Länder, die USA und Polen, uns trotz Kriegsmüdigkeit weiterhin in unserem Kampf unterstützen. Der Westen steht fest an der Seite der Ukraine. Parallel zu Bidens Rede in Warschau empfängt Präsident Zelensky in Kiew die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Hinter den Kulissen geht es jedoch auch hier um Bidens Botschaft an Wladimir Putin. Es wurde klar gemacht dem russischen Führer, wie stark er sich vertan hat in seinem Kalkül, was mit der Ukraine passieren würde, was mit der Welt passieren würde und wie geeint die westliche Zivilisation zusammenstehen würde, um die Ukraine auch zu beschützen, um sie zu unterstützen in diesem Krieg. Stunden zuvor hatte Putin sich an sein Volk gewandt. Der Krieg in der Ukraine sei von Kiew und dem Westen vom Zaun gebrochen worden. Jetzt gehe es zudem um die Existenz Russlands. Weshalb er das letzte verbliebene Atomwaffenabrüstungsabkommen New Start mit den USA aussetzen und das nukleare Arsenal Russlands modernisieren wolle. Für Experten ein deutliches Signal. Putin weiß, dass er einen politischen Preis zahlen würde für den Einsatz von Nuklearwaffen. Er hat in der Tat nicht davon gesprochen, aber er hat eben diese Wendung gebraucht, die genauso in der Nukleardoktrin steht. Das war eine sehr deutliche Drohung gegenüber dem Westen. Es bleibt aber wohl doch nur nukleares Säbelgerassel. Am Abend macht Moskau dann einen Rückzieher. Aus dem Außenministerium heißt es, man wolle sich auch weiterhin bis zum offiziellen Vertragsende 2026 an die Begrenzung seines Atomwaffenarsenals halten. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und dann Hope Und dann wieder уralt ein girlfriends Tag. Und dann wird das Stück weit im초. Und dann wird das Stück weit geschehen. Und dann sieht das Stück weit geschehen. Und das Stück weit gedreut. Und dann gehen wir jetzt um die Nacht screen. Und dann könnt ihr das Stück weit. Und dann centers viel mehr drauf.